Rentenbescheid geprüft und ca. 18.000 Euro mehr Rente gesichert. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben einen Beratungskunden in unserer Kanzlei gehabt, der legte seinen Versicherungsverlauf und seinen Rentenbescheid vor, den er erst kürzlich erhalten hatte. Der Hintergrund ist, er geht zum 01.09.2020 in eine abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Diese Rentenart kennen Sie, das ist die Rente mit 63 und 45 Jahren Wartezeit. Er hat mir also die Unterlagen vorgelegt und dann festgestellt, dass unser Mandant immer mal in den alten Bundesländern oder auch in den neuen Bundesländern gearbeitet hat. Überwiegend mehr in den neuen Bundesländern. Ja, und da stellt sich natürlich für mich immer die Frage, wie läuft denn das eigentlich mit der Rechtskreiszuordnung? Also sprich, wenn ich in einer bestimmten Zeit meinetwegen in München, in Hamburg oder in Berlin-West gearbeitet habe, muss sich das ja aus dem Versicherungsverlauf irgendwie zeigen lassen, dass ich dort gearbeitet habe oder dann halt eben in den neuen Bundesländern. Und habe dann unseren Mandanten gefragt, erzählen Sie mir doch bitte mal, wo haben Sie denn in der Zeit von 2005 bis zum 31.08.2020 gearbeitet? Und da sagte er zu mir, in Halle-Saale. Daraufhin habe ich ihm gezeigt und habe ihm gesagt, schauen Sie bitte mal in den Versicherungsverlauf, hier stimmt was nicht. Denn dort steht für diese Zeit die Zuordnung zur allgemeinen Rentenversicherung. Was mich natürlich auch ein bisschen gewundert hat, war dieser lange Zeitraum. Habe ich dann meinem Mandanten gesagt, das stimmt offensichtlich nicht. Also müssen wir was tun. Und da wir zwei Tage vor Fristablauf der Widerspruchsfrist waren, habe ich erst mal als allererstes umgehend gegen den Rentenbescheid Fristwarenwiderspruch eingelegt. Und als nächstes habe ich dann den Rentenbescheid genommen und habe ihn berechnet. Und siehe da, ich komme mit der anderen Zuordnung statt allgemeine Rentenversicherung West, Rentenversicherung Ost auf sage und schreibe 90 Euro mehr Rente pro Monat. Und bezogen auf das Lebensalter meines Mandanten, was man prognostizieren kann mit 80, sind das 17 Jahre. A 90 Euro komme ich auf 18.000 Euro Rentenverlust. Ja, und das ist natürlich ein schlagendes Argument gewesen. Ich habe das dann nochmal geprüft und habe der Deutschen Rentenversicherung Bund eine Widerspruchsbegründung rausgeschickt, kurz und knackig, und habe denen mitgeteilt, dass die Zuordnung zum Rechtskreis Ost hier fehlerhaft ist und deshalb der Rentenbescheid falsch ist. Und ich habe Abhilfe beantragt und habe auch beantragt, dass der Rentenbescheid neu zu berechnen ist. Warum und wie der Fehler entstanden ist, das kann ich nicht sagen. Eines steht fest, unser Mandant kann definitiv nichts dafür, dass hier fehlerhaft irgendetwas falsch gemeldet worden ist. Mein Tipp an Sie, Rentenbescheide prüfen. Nur so können Sie sicher sein, ob Ihre Rentenbescheide auch tatsächlich stimmen und auch wirklich richtig sind und der aktuellen Rechtslage entsprechen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Auch wenn ihr jetzt Punkt gehört. Untertitelung des ZDF, 2020